Musik Haben Sie gerade ein Handy gefunden? Ja, von dem Herrn, der neben mir steht und er hat es noch nicht gemerkt. Mal schauen jetzt. Er guckt doch noch nicht mal. Soll ich denn Fabritius antworten oder machst du das selbst? Äh, mein selbst. Was ist denn los? Immer schön aufpassen, das war hier drüben. Das ist gerade einfach so rausgeklaut worden. Ich lege es mal wieder da rein. Ich habe etwas mitgebracht und zwar ein Karten-Spiel. Ihr seid super. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch zu beklauen. Wenn ihr mal einen Taschendieb braucht, sagt mir Bescheid. Ich komme dazu und helfe euch, eure Auszeit zu finanzieren. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020